Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, das letzte Mal habe ich euch gesagt, dass wir das Feld fertig machen. Das wären wir. Ich habe das draußen beendet, aber bin schon mal hier reingegangen und dann ist die Aufnahme abgeschmiert und sie war nicht verwendbar. Deswegen fangen wir jetzt hier an und brauchen natürlich diese Pistons. Für Pistons brauchen wir Holz. Haben wir noch Holz? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Holz holen, um die Pistons herzustellen. Wir brauchen 4, 4, 6 Pistons noch. Das sind 6 mal 3, 6, 12, 18. 18 durch 4. 4, 8, 12, 16. 20, 20 sind 5. So bräuchten wir eigentlich nur 5 hiervon, aber wir fällen mal kurz hier ein bisschen. Wenn wir die Pistons dann haben, das machen wir dann nämlich so, dass wir jetzt hier das Eisen schon mal nehmen. Und das hier dann das Redstone, das wir dafür brauchen. Und wir brauchen natürlich... Mein Handy spinnt gerade. Ich habe eine SMS bekommen. Super. Ähm... Cobblestone. Und dann gehen wir... Redstone. Eisen. Und eine Pause hin. Bis... So, dann können wir jetzt weiter craften. Meine Mutter ruft mal wieder an, dass ich mit dem Hund gehen soll. Aber egal. Nein. Scheiße, das können wir jetzt vergessen, den Aufbau. Da ich noch nicht das Holz hatte. So und so. So, so. So. 1, 2, 3, 4. 1 und 2. Das dürfte reichen. Haben wir noch Clearstone? Wir müssten, glaube ich, gleich noch Clearstone haben. Für unsere Dinger namens Repeater. Wenn ich wüsste... TNT... Wie man die nochmal craftet. Das wäre nämlich super schön. Also, ein Repeater. Das Crafting... Ja, aber wie... Craftet man nochmal einen Repeater? Das ist jetzt ganz... Blöd. Ähm... Ich meine, man braucht Clearstone oder Cobblestone, aber das gucken wir mal gleich. Wir gehen jetzt nochmal... Ach so. Gleich schlafen. So. Wir stellen jetzt erstmal hier... Das hin. Und gehen dann... Ach, hier können wir schon... Das mitnehmen. Es wird Nacht. Geil. Hopp und hopp. Hopp und hopp. Ach. Hier haben wir falsch gemacht. Sehe ich gerade. Aber jetzt können wir erstmal schlafen gehen... Nein, ich will jetzt noch hier den Gravel hinsetzen. Dann können wir jetzt auch schlafen gehen. Und dann könnte ich es so machen. Ich muss auf jeden Fall heute die Farm fertig kriegen. Deswegen gucke ich gleich, wie man Repeater nochmal craftet. So. So. Hinlegen. Und warten. So. Entweder Crafted machen. Ich brauche Redstone. Ich brauche Fackel. Redstone Fackel nämlich. So. Und jetzt kann ich gucken. Entweder 1, 2, 3. Hopp, hopp. Hopp. Also Clearstone, ne? Das wäre dann 1, 2, 3. Mal kurz 3 Braten. Um zu gucken... Ob das stimmt. Wenn ja, haben wir es. Wenn nein, dann muss ich noch weiter gucken. Ja, komm, schneller. So. Okay, ist fertig. Hopp, hopp, hopp. 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 Verarschen. Ach hier. Die sehen genauso aus wie... Hopp, hopp, hopp. Hopp. Aha. So gehen Repeater. Dafür brauchen wir nochmal 4... 5 Stück. Das heißt... Wir machen mal... 1, 2, 3. Einer. Fünfmal sind 30. Ja, hau einfach alles rein. So, Clearstone wird gemacht. Wir können hier nochmal rein. Und hier die Eier einsammeln. Wie viele Eier haben wir denn? Ich möchte irgendwie mal... Wenn nicht alle... Werde ich nämlich mal was zum Vernichtungsverfahren für Hühner bauen. Habe ich schon mal gebaut. Die werden wir dann hier irgendwo hinsetzen. Die ist eigentlich relativ effektiv für Futter. So. Ich bin gerade... Habe ich hier die Pumpkins jetzt? So. Die Pumpkins. Wie sehen die denn aus? Die können wir schon wieder ernten. Das hier war ja nur so ein Übergangsbeet. Wir könnten eigentlich schon mal... Ne. Mach ich nicht. Da... Ah, super. Ist wieder was kaputt gegangen. Egal. Aber er war schon reif. Ich mach da... So. So. Da können wir schon mal anpflanzen auf jeden Fall. So. Ich weiß noch als hier... Als wir... Dieses eine Ding drin hatten. Ah, das war scheiße. Diesen einen Mod. Ich weiß nur nicht wie er gerade heißt. Also eher gesagt, ich komme nicht offen ab. Danach spawnen... Keine Tiere mehr. Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Ach egal. Frag mich nicht. Hm. Okay, das war's erstmal. Das kann jetzt hier wachsen. Und gedeihen. Das wird eklisch wieder abgerissen. Fällt mir gerade ein. Hm. Ne, wird's noch nicht. Wird erst eingerissen, wenn es fertig ist. So. Dann wird geguckt, ob alles funktioniert. So. Wir haben hier schon mal ein... Egal. Dann hopp, hopp. Und hopp. Toll. Dann... Das reicht doch schon. Wie kam ich auf 30 Teile? Ach egal. So. Dann kommen wir hier. So. Lang und dann... So und so. Nein. Den können wir... So. Dann... So. Und dann brauche ich hier diese 8. So. Alles kombinierbar. Dann können wir uns hier schon mal D... Ds nehmen. Ds, Ds und so. Warten. Und hier... Dann auf die Uhr gucken, wie lange das noch geht. Weil ich ja langsam mit dem Hund muss. Die Stoppuhr sagt noch... Drei Minuten. Aber ich sage nein, ich muss jetzt aufhören. Weil sonst macht er mir hier in die Wohnung. Ach ins Haus. So. Wir haben das Feld fast fertig. Fertig. Also eigentlich fertig. Wir müssen da jetzt nur noch... Bepflanzen und so. Aber das reicht ja. Und sonst sind wir ja fertig. Außer die Steine und so. Aber... Das eine linke Feld, was ich fertig haben wollte, ist fertig. So. Und dann nächstes Mal machen wir das... Bepflanzen wir zu Ende und so. Und... Ja. Das mache ich aber in der nächsten Aufnahme. Wie gesagt, ich muss jetzt gleich weg. Und ja. Ich hoffe, das... Minecraft Ding hat euch gefallen. Also die Folge wieder. Und denkt dran, zu kommentieren. Abonnieren. Oh, es wird ihnen einen Spaß. Macht einfach wie immer. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Crazy. Auf Wiedersehen. Wenn die 60erame existe. Auf Wiedersehen. Ja.